Hallo Leute, willkommen bei der vierten Episode von Letztro. Ich habe meinen Gast dabei. Ja, wir machen jetzt eure Behindertenkommentare. Habe ich durchgelesen. Ja, okay. Aber diesmal ohne Timer? Ja, ohne Timer. Dieser behinderte Kameramann Pedro ist jetzt weg, aber egal. Okay, ich habe einen Kommentar gelesen und da habe ich eine Biene, die twirkt. Eine twirkende Biene? Ja, okay. Wie soll das aussehen? Ich weiß auch nicht. Ja, okay, ihr seht uns jetzt nicht, wie wir malen, glaube ich, aber vielleicht. Egal, komm. Eins, zwei, los geht's. Eine Biene, eine Biene. Das sieht so sehr zweideutig aus. Aha. Ich kann nicht malen, übrigens. Deswegen sagt nicht, dass ich scheiße male. Der denkt jetzt schon, dass er scheiße malt. Ja. Aber ich denke, dass ich auch scheiße male. Das sieht irgendwie aus wie eine Alien-Katze mit Arsch. Okay, ich denke, dass meins wahrscheinlich besser ist, denn das hat Potenzial. Meins ist irgendwie scheiße. Scheiße. Scheiße, Leute. Das habe ich nicht gedacht. Aber meins ist ja auch nicht besser, oder? Meins ist schlechter, guck doch. Ja, ich scheiße. Bist du fertig? Nee. Ja, warst du schon längst vorbei? Ja, okay, komm. Das war's. Okay, ich komme Schnick-Schnack-Schnuck machen. Schnick-Schnack-Schnuck. 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 Scheiße, Schnick-Schnack-Pimmel-Ab. 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 Schnick-Schnack-Schnuck. ja ja ich hab ihn gekriegt so jetzt zeigt er ein scheißbild ja so hässlich ist das nicht hier kommt mein Bild ich denke das ist schöner geworden aber ich weiß jetzt nicht ihr entscheidet das ja hier ist mein Bild findest du das auch nicht schöner das deins ist besser als meins ja du musst entscheiden oder die anderen ist egal wie er ja einfach in die Kommentare ihr seht Max jetzt nicht weil er nicht kommt weil äh ja komm jetzt Max ja ok danach habt ihr ja ich lasse jetzt das twirken weil ihr habt so viel über twirken geschrieben ja ok ein Pferd aber gemixt mit 9cat ein Pferd wie sollen wir das machen bitte ich kann nicht mal ein Pferd also ja ok komm lass mal anfangen ok ja 1 2 1 1 2 1 3 go so schön ein Katzenhaar ich kann das nicht was meinst du ein Pferd ein Pferd ein Pferd ist neinkerts edelt ich habe keine ahnung was ich da gerade erschaffe ein monster ich weiß nicht was du das tut leck mich am arsch weiß auch nicht was ich tue fertig okay das war hat so vieles vergessen ja du hast die pferde hat vergessen ja ja das ist schlecht wirklich ja okay schnick schnack pimmel ab okay ja doch toll da ist dein bild hässlich du wirst wie ein menschenpferd ja wie es euch gefällt wie es euch gefällt okay hier rein will also mit ja hier das ist aber richtig ich hab voll viel vergessen diesen kleinen können ja ja was 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 wird jetzt kommen was wird jetzt kommt jetzt aber heute machen wir mit mehr blätter heute machen wir mehr blätter als beim jetzt müssen wir so eine band die so dingens hat und diese grad der hat so richtig viel da rein geschrieben ich kann das jetzt nicht ich hab ich kann mir das nicht mehr eine band war sie dich nicht okay oder eine band sie hat so ähnlichkeit mit einer maus so eine wand maus ja und da ich weiß nicht da war so viel eigentlich ich kann mir das nicht mehr machen wir halt eine wand die aussieht ich hab direkt verkackt ich weiß ich weiß nicht wie ich das machen soll ja schon verkackt das ist keine maus ich weiß nicht ich weiß ich weiß nicht wie die ohren von neusen aussehen spitze haarige ohren so halt so wie katzen oder was ja 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 so das ist eine mauer hast du die zeit ist um scheiße fuck was ist das für eine maus eine wand und warum ist sie versteckt sich in der wand scheiße ja ok 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 schnack 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 ja apropos essen der nächste kommentar war ein toast ein behinderter toast halt ich weiß nicht ok ok der so oft drogen ist oder so ok 123 schnack 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 ich hab direkt verkackt glaubst du auch schnack ich hab direkt vor dem toast ein pimmel zu meinen aber nicht kann sie ja machen ist so scheiße danke nochmal für die idee ne aber diesmal ein bisschen das lange dauert ja ja sagen wie ein bisschen länger aber wir dürfen nicht bei uns abgucken ne ja das ist ja gemein ok ich bin eigentlich schon so gut wie fertig ich habe nicht das war es eigentlich schon mit der zeit max darf ich noch einen mund machen ja das geht eigentlich nicht mehr weil die zeit ist ja vorbei ok ok leute ist voll schlecht komm schnack 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 das war schon wieder von der store komm ich mal hier hin jetzt kann man mich nicht schieben ja egal das war es von der store hat mir eigentlich ganz gut gefallen die folge das hat eigentlich mehr spaß gemacht als die anderen zum glück haben wir keine mäusel piep 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 äh präm nachmacher piep 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 da mache ich auch da das mache ich zuschneiden wirklich da mache ich auch ein piep tot okay das war's dann und ich wollte mal sagen das ist das ist gerade hammer schneit ne also ich mach mal kurz einen kleinen so hier ist gerade auch richtig viel schnee da kommen richtig große flocken scheiße und hier ist maxi was immer kaputt macht ja ok das war es tschüss das wird nicht sein